Wir haben neu erlebt, kommt in unserem schönen Land. Ein Virus, der Corona heißt, den haben wir kaum gekannt. Was jetzt gut wird, wie es früher war, das hätten wir alle gern. Die Pandemie hat nun ein End, das treu, wir alle hören. Corona, Valaria, nichts bleibt, wie es vorher war. Wie schaut unsere Zukunft aus, wie kommen wir daraus? Corona, Valaria, verschwinde noch dieses Jahr. Corona, Valaria, verschwinde aus Austria. Die Kurzarbeit, das Homeoffice und die Maskenpflicht begleiten uns in letzter Zeit, kein Ende ist in Sicht. Abstand, Regel, Ausgangsverbot und wurscht, sei stets die Hände. Dann schafft man es, a ganz bestimmt und es fühlen, nimmt ein End. Corona, Malaria, wann wird's, wie es vorher war? Wie schaut unsere Zukunft aus, wie kommen wir daraus? Wir haben nur einen Wunsch, den sehnen wir herbei. Gesund bleiben, durchhalten, alles Gute.